Jetzt Bremse drauf, kleine Schieber an der Seite hochziehen, Fuß drauf, Knopf in oben in die Mitte eindrücken, hochziehen den Hebel und runterdrücken, nicht zu langsam, dann klappt der nicht, etwas fester. Man spürt auch, dass beide Seiten da losklicken von innen, man spürt den Hurt. Etwas fester zudrücken. Ich mache nochmal ganz langsam, man spürt das nur die linke Seite jetzt irgendwie bewegt, innen drin, etwas fester, beide Seiten. Man sieht, ich drücke etwas fester durch. Das war's. Okay.